Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei den Hofgeschichten auf dem Vorhof und wieder mit dabei der Brilli und der Zwiebel. Moin. Moinsen. Moin, hallo. Und ihr hört es vielleicht schon so im Hintergrund, es regnet, das heißt wir müssen nicht gießen. Yeah. Und alle, die bei mir auf dem Kanal gucken, sehen es. Die Ente ist erwachsen. Was? Wo? Echt? Ja, komm in den Stall, in den Stall, in den Stall. Ich will sie bedenken. Ich habe schon das Entenei eingesammelt. Welcher Stall? Die Ente. Aber Entenei kann sie doch nicht heißen. Nee. Das sagt auch keiner. Ach so. Äh. Warum nicht? So ist doch besser. Ich habe die mal so genannt. Ist ja egal. Hier, so ist doch richtig. Können wir die gleichzeitig benennen? Weiß ich nicht. Die ist sie denn jetzt benannt? Na guck doch. Ja, ich habe geguckt. Da war mein Name. Echt? Nee. Alter, 1560 Gold bringt so eine Ente. Bei mir heißt sie Titanic. Ja, 1560. Ja. Da müssen wir Enten züchten. Was bringt so ein Huhn? Na ja gut, 1040. So. Also ich habe die Ente jetzt Donald genannt. Eigentlich müsste man so noch Donald Trump nennen. Würde ich aber wenigstens irgendwie Darkwing Duck oder so nennen. Ah, okay. Ist vielleicht noch besser, genau. Oh, das war mal ein krasser Blitz. Darkwing Duck. Äh, ich habe geschrieben. Ich bin eben, nee, ich bin eben verrutscht auf der Tastatur und hab Darkwing Suck geschrieben. So, Darkwing Duck ist okay. Dann mach wenigstens Dickwing Suck. Dickwing Suck, okay. Der Schrecken, der die Nacht durchflattert. So, also wie war das? Sickwing Duck. Oh, nein, Risiko. Sickwing Duck. So, sick. Dick. Dickwing Suck. Achso. Dickwing Suck. So. Nicht, dass wieder hier Copyright Claims kommen, ne? Bringt jemand das Entenei weg? Mit so einem Spruch darf nicht außerhalb der Marke oder ohne Zusammenhang zur Marke verwendet werden. Bringt jemand das Entenei weg? Ja, ich. Aber kann man das denn jetzt nicht nochmal irgendwie ausbrüten oder wie war das? Ja, aber da brütet ja gerade schon ein Ei aus und wir brauchen das ja für die Dingsbums. Ah, okay. Ich habe übrigens Post bekommen von Demetrius. Er schreibt an Zwiebelpeter. Ich habe letztens eine Feldstudie durchgeführt und dieses Exemplar entdeckt. Ich hoffe, du findest es genauso interessant wie ich, Demetrius. Und zwar hat er mir jetzt hier geschickt eine Brasse. Glückwunsch. Super. Eine tolle Brasse. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Weil du brasselig bist. Brauchen wir eigentlich noch Weizen? Bin falsch. Bitte bei der Einordnung der Dinger immer darauf gucken, dass das Artefakte zu Artefakten gelegt werden. Ja. Ich glaube schon, dass wir noch Weizen brauchen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Ja, guck doch mal. Ja, ich bin ja schon... Alter, hier blitzt der so ein Tut. Ja, die Blitze und Donner sind ganz schön... Blitze und Donner sind ganz schön krass. Ach, schrecklich. Ja, wir brauchen noch 10 Weizen fürs Bündel Futter und 3 Äppel. Dann bringe ich mal das... Ja, wir haben aber nur 7 von 10. Das ist doch kacke. Haben wir Kürbisse? Goldene? Nee, ne? Mhm. Ah, ich drücke immer die falsche Taste bei diesem Spiel. Immer und immer wieder eine Blaubehrer, manche. Oh, wieder. Alter, Falter. Hier. Enteneis. So, zack, rein da. Bündel komplett. BABAM! Was hast du jetzt gemacht für ein Bündel? Was haben wir gekriegt? Eine Käsepresse. Du, haben wir das schon. Das Entenei habe ich abgegeben in der Speisekammer. Was war das hier nochmal? Hast du so ein Würmerding, oder? Geh dir das Geschenk weg? Hallo, Unkraut. Ich wollte dich da nur in den Müll werfen. Dankeschön. I can't move it. Move it. Move it. Move it, move it. Was fehlt uns noch? Rums. Warum wackelt das? Das wackelt, weil wir angeblich eine Blaubeere hätten. Aber haben wir nicht. Hat jemand von euch eine Blaubeere irgendwie? Negativ. Nee. Aber die sind gepflanzt, soweit ich weiß. Eine Entenfeder brauchen wir auch noch. Eine Entenfeder, okay. Hm. Marki-Rolle, Mohn, Trüffel. Das klingt richtig schön spooky hier, die ganzen... Ahorns. Die Toner. Das ist nervig hier, das alles einzusortieren. Ja, ich mal so ein automatisches System mit so einem Requester wäre schon irgendwie geil. Ah ja, Heu und Apfel. Drei Äpfel brauchen wir auch, genau. Genau, also Heu haben wir ja schon, aber wir haben bisher nur sieben Weizen. Verstehst du? Ja. Und Brüdi, der indische Glaswels fehlt noch, ne? Ja, den finde ich aber nicht. Ich bin ja nicht in Indien. Ja, vielleicht liegt es daran. Man weiß es nicht. Brett, Aquarium, Speisekammer. Schwarzes Brett, Aquarium. Es sind ja nur noch die drei. Schwarzes Brett, Aquarium und Speisekammer. Ganz schnell viel. Oh, eine Kiste für Waffen und Bomben und so, habe ich das Gefühl. Blitz, Blitz. Ja, der Emo rennt bei Blicke. Blitze wieder rum. Ah, hol mal. Oh, nee. Steinier. Rums. Rums, Rums, meine Freunde. Der kommt rein, kommt rein. Lasst euch nicht mit dem Blitz treffen. Sollen wir noch was anbauen? Soll ich noch was mitbringen? Ich bin gerade in der City. Bevor er zumacht, wenn er nicht schon zu hat, ja. Hey, sag mal, was glaubt ihr? Ist eine Kirschbombe was zu essen oder eine Bombe? Nein. Das ist eine Cherrybombe, natürlich. In dem Spiel ist es eine Bombe. Gut, dann lege ich das jetzt zu Sprengkörpern. Ich habe hier zum Beispiel auch noch eine große. Ich habe eine Megabombe. Ja, habe ich auch noch gehabt. Und eine Rischebombe, Alter. Kommt rein. Kommt rein. Es regnet, es blickt. Kommt rein, liebe Freunde. Rotkohl, sag ich. Hast du dir vor kurzem erst die Best-of-Oxbauer-Puppenkiste gegeben? Nö. Ich weiß nicht, was jetzt ist mit mir. Oh, ich habe eine geheime Notiz gefunden. Apfelserzling kostet zu viel. Das ist eine Seite aus einem Tagebuch. Es gibt nur wenige ältere Junggesellen im Ort. Und keiner davon ist perfekt. Harvey ist sehr nervös und schwach. Aber ich weiß, er wäre ein loyaler und hingebungsvoller Ehemann. Er mag Kaffee und eingelegte Gurken. Elliot ist etwas geckenhaft und melodramatisch. Aber er hat ein nettes Kind. Er mag Krabbenkuchen und Granatäpfel. Shane ist unordentlich und nicht sehr gesellig. Aber ich glaube, sein grobes Äußeres ist ein Verteidigungsmechanismus, mit dem er sein wahres Ich auf der Welt verbirgt. Er mag Bier, Pizza und Paprika-Popper. Ja, ja, warum nicht? Oh, Popper? Ja, Paprika-Popper. Kennt ihr Popper? Ich kenne Pepper-Pick. Ich habe auch was von Dimitrius bekommen. Eine Nautilus-Muschel. Ach, guck mal einer an. Warum kriegt ihr alles sowas? Weil wir einfach nett sind. Ach, eben, weil ihr nicht so gut fischen könnt. Ja, genau. Der hat Mitleid mit uns armen Nicht-Fischern. Genau, der hat sich gesagt, kommt die armen Schweine da, die finden eh nie was. Weil der Brilli die Meere schon ausgefischt hat. Ja! Gnadenlose Überfischung. So. Hm. Wo kommt Harz rein? Auch hier bei den Baumdingern, oder? Harz? Ja. War hier bei Saat, glaube ich. Ja, hier, wo ich gerade war. Ah, okay. Bis einer von Blitz getroffen wird, ne? So, das war ja wieder eine tolle Folge. Wieso? Ja, nur so. Vorbei, du Arschler! Natürlich ist die Lake vorbei, 19.40 Uhr. Wir haben gesagt, wir gehen früher ins Bett. So, alles leer, jetzt gehen wir da weg. Ja, aber es war dann nur erster Tag. Ja, doch. Sehr gut, alles leer hier. Alles leer. Ja. Hier ist noch der Kackhaufen drin mit der Kirsche oben drauf. Ja. Der kann da erst mal bleiben. So, das Lager ist dann offiziell erst mal soweit fertig. Wundervoll. Und inoffiziell? Heute rockt er aber übelst die Scherze raus hier. Auf jeden Fall. Boah, du dummes Arschlochzwiebel. Du hast ja überhaupt keine Schilder. Wo kommen Fische hin? Oh, 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 oh. Wir haben hier die Dinger, haben was gebracht. Kiefern-Teer haben wir gekriegt hier. Ja, endlich. Das brauchen wir doch. Nein, brauchen wir nicht. Doch. Fischi, Fischi, Fischi. Wo kommen die Fischis hin? Warum bleibst du es nicht? Hier kommen die Fischis hin. Zack. So, für was haben wir denn die Kiefern-Teer gebraucht? Was war denn das? Ist der jetzt den ganzen Kiefern-Teer eingesammelt, oder was? Äh, ja. Eichenharz, Wein, Hasenpfotes beim Verzauberer. Für irgendwas brauchten wir es zum Bauen, meine ich. Zum Bauen? Ja, irgendwas herstellen. Irgendeine Maschine herstellen, die irgendwas... Weißt du, was ich meine? Hm. Kiefern-Teer für einen Webstuhl. Aha, siehst du? Warum kann ich... Achso. Außerdem, Brilli, finde ich das nicht gut, dass du mich da so hier beschimpfst. Ja, das finde ich nicht gut. Halt dich, Maul. Alles klar. Du weißt ganz genau, warum. Habe ich überhaupt keine Ahnung. Was ist denn jetzt schon wieder los? Fick dich. Ja, und dann? Oh, bist du nicht mehr mein Freund. Kann man Sachen drehen eigentlich? Nee, ne? Mach bitte nicht den Zaun um die Bäume wieder weg, sonst muss ich... Boah, du bist doch auch so dumm, ey. Ich habe das letzte noch mal reingehört, als ich Videos bearbeitet habe, musst du wieder denken. Du bist richtig dumm, Alter. Ja, die Folge heißt auch so. Dumm. Die Folge heißt auch tatsächlich, Bene ist dumm wie ein Brot. Wer? Mene oder Bene? Mene. Mene. Wer bin ich denn? Warum bist du eigentlich so laut? Brilli? Keine Ahnung. Da frage ich mich bei jeder Aufnahme. Ja. Der war letztens mal doch eigentlich nicht so laut. Da muss ich ihn jetzt hier mal ein bisschen runterregeln. Bei welchem Baum hast du eigentlich abgesäbelt? Ja, kann ich dir schlecht zeigen. Der ist ja nicht mehr da. Ja, wo war er denn? Da, wo ich jetzt stehe? Wo stehst du denn? Ja, komm. Südlich von dem Steinzaun, den ich gerade habe. Hier, komm mit, komm mit, zeig mal. Jetzt schreit der Typ wenigstens nicht mehr so ganz so laut. Hier stand der, guck. Hier. Das war eine Kiefer, oder? Nee. Ein Nadelbaum war das. Nein, das war ein... Ach, ich weiß es schon nicht mehr. Oh, müde. Es wird spät. Vielleicht können... Nee, haben wir jetzt anders. Ab in die Haie, Papaia. Gute Nachtle. Gute Nacht, ihr Versorger. Jo. Gute Nacht schon, Boy. Fick den! Au, au, shit. Hast du jetzt... Ein Stöpsel ins Gesicht geschossen. Ui, ui, ui. Schwere Verletzung. Zum Glück bin ich Brillenträger, sonst hätte es schliefgehen können. Zum Glück hast du eine Versicherung für deine Optik. So, zeig mal her hier. 700. Also 350 für ein volles Frühstück. Okay. Das ist ja nix. Was essen wir lieber? Ich wollte es mal testen, was es bringt. Drück. Ich habe noch 23 Stück in der Kiste, falls ihr also was braucht für einen Ausflug in die Höhle oder so. Ja, ich weiß nicht. Wir bräuchten aber vielleicht irgendwie was. Es gibt, glaube ich, 200 Energie. Also, ich spiele. Ach, boi. Entschuldigung. 200 Energie, 80 Gesundheit, Gesundheit. Worein gehst du das? Weißt du mal was brauchen? Vorm Kühlschrank in die Kiste ist es im Moment. Und warum zur Hölle bewegen sich die Blitzableiter? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das liegt daran, dass die gestern Blitze abgeleitet haben. Ja, was ist da los? Ja, ich weiß nicht, ob man die vielleicht braucht. In die Kiste habe ich es getan. Keine Ahnung. Unter den Diamanten. Ja, ich weiß. Oh, hier unten ist die Essenskiste. Wie nimmt man nochmal einzeln, ne? Rechts, ne? Rechts klicken. Ne, ich bin mal sieben. Das reicht erstmal. So. Äh. Gieß du noch einzeln? Ja, natürlich. Ich meine, mir ist es egal. Dann fahre ich halt zum Heini und hole mir da auch eine andere Kanne. Fischer gesucht. Ich brauche ein gutes Exemplar eines Kugelfischs. Ich arbeite gerade an einem Experiment zu dem Toxin der Kugelfische. Belohnung. Ich bin der Fischer. 1000G. Ja, 1000G. Das wäre natürlich nicht schlecht. Drei Kugelfische bräuchten wir also. Ja, wo gibt es die Viecher? Das weiß ich auch nicht. Im Wasser. Da habe ich nochmal einen auf dem Lager. Guck mal, was ich im Lager habe. Ich feiere die Ente irgendwie ganz schön für ihr Quacken. Einen haben wir. Einen Kugelfisch haben wir. Ja, geil. Wo waren denn die Köder eigentlich nochmal? Ich habe 19 auf meiner Angel. Da liegt es vielleicht daran, dass du Griefer wieder alle aus den Kisten genommen hast. Weißt du? Ja, genau. Hol dir einfach Köder. Hol dir einfach Köder. Teil doch einfach mal die Sachen, die wir hier in die Kisten legen. Was? Du hast nie geangelt, Alter. Ist doch scheißegal. Wir brauchen jetzt aber welche. Die hat die Kuh ein dickes Euter, ey. Musst du mal jetzt kurz raus. Die Information für alle. Das ist... Da ist... Ich frage mich manchmal bei den Zuschauern, die so bei mir zugucken, ob die sich manchmal denken, meine Fresse, meine E. Rechte Maustaste dafür, linke Maustaste dafür. Warum kriegst du das nicht hin mit den zwei Maustasten? Es ist nicht leicht. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Spielt das Spiel mal. Man drückt immer die falsche Maustaste, weil... Oh, ein neues Kücken ist geschluckt. Ich kenne es nicht. Aber... Wähle einen Namen. Fürs Kücken. Hüken. Ähm. Hüken. Hm. Übrigens, esst niemals aus Versehen einen Kugelfisch. Der gibt minus 100 Energie. Ich glaube, dann stirbt man. Hast du gerade gemacht aus Versehen, weil du immer mit links und rechts dich nie verwechselst. Es steht einfach da drüber. Ach so. Aber kein Entenei. Die liegen scheinbar nicht jeden Tag. Die Enten. Ah ja. Ach, warte. Da liegt noch ein Ei. Was kommt danach? Kupfer kommt danach, ne? Nach Enteneiern kommt Kupfer? Nein, nach den... Dann fahre ich nämlich... Dann fahre ich nämlich mal in die Stadt und lass mir auch eine bessere Gießkanne machen. Ja, könntest du dir doch sogar... Könnten wir uns sogar leisten, glaube ich. So, Leute. Hier, schön mal... Ey, der hat so 750 gegeben. Tja, du bist halt nicht befreundet mit ihm. Der sagt halt, oh Gott. Der, der kriegt bloß 750. Oh, Kartoffelpuffer hätte ich machen. Muss ich noch machen. Kartoffeln und Öl. Wir haben keine Kartoffeln mehr, oder? Oh, kostet 2000 Kupfergießkanne. Aber ich mach... Bin einfach wie Brille. Ich mach's einfach. Was? Ey, du brauchst keine Kupfergießkanne, Alter. Alter, doch. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir alle eine gute Gießkanne haben. So viel werden wir nie anbauen. Doch, doch. Mist. Äh, was hab ich denn falsch gemacht? Hauptsache, ich habe mein neues Katana. Ja, das hier. Ja, das bringt auch wenigstens was. Natürlich, weil wir alle was davon haben. Wo wäre er den Gießkanne bringen, nicht? Die Nake. Mal, passt die Nake noch am Schlüssel? Ja. Die habt ihr alle verkauft irgendwie, die Pastinaken. Ich hab dafür, hab ich einen Diamanten gefunden hier. So, okay. Äh, kann ich was aus Ziegenmilch kochen eigentlich? Hm. Ziegenkäse? Ja, ich muss mal gucken. Ich hab irgendwie immer noch so unglaublich wenig Rezepte. Fernsehen mal gucken? Ja, ich guck ja schon immer regelmäßig mal rein. Hau ab. Moment nicht. Du kannst mich doch mal gern haben, echt. Wetterbericht Wahrsager. Hm, weder noch. Ich bin hier, um Clints Gewerbesteuern einzuziehen. Was? Bist du Schutzgelderpresser oder was? Nee, der Louis, der Bürgermeister. Ach so. Ah, wir haben... Ach, Kürbisse haben wir nur einen goldenen. Das ist das Problem. Hm. Äh, kann nur innen gepflanzt werden. Im Sommer. Hier haben wir doch noch neun Sachen für den Sommer. Und nochmal Sommer. Abbrechen. Äh, ich geh mal... Kann mal einer googeln, wo es Kugelfische, wenn es die gibt, gibt? Ja, aber das werden die in den Kommentaren dann schreiben und dann hast du auch nichts davon. Hä? Sollte googeln. Wieso denn ich? Mach das selber. Kein Bock. Wie heißt das Spiel hier? Star-Dew-Valley. Stimmt in der Wüste oder so. Ja, Kugelfische. Der im Ozean an sonnigen Sommertagen zwischen 12 und 16 Uhr gefangen werden kann. Äh, im Sommer. Ja, das ist noch nicht. Wieso, was haben wir? Frühling oder was? Ja. Achso. Ne, wir haben Sommer, oder? Ne. Nein? Ich hab grad Pflanzen für den Sommer gepflanzt. Wann? Von welcher Uhrzeit? Zwölf bis 16. Dann hab ich ja noch was Zeit. Dann versuch ich's mal. Ist Sommer? Ja, weil Frühling. Ah ne, weil mein Rimworld ist Frühling. Ja, kann man schon mal durcheinander kommen. Kann man schon mal durcheinander kommen. Kann man auch. Ja, sonst hätten wir die Aufgabe ja auch nicht bekommen, würd ich mal sagen. Das kann natürlich sein. Gut kombiniert, Watson. Gut kombiniert. Alter, ist ja mal irgendwas drin. RIP Headphone Users. Äh, wollt ich ihn gerade machen. Achso, den ganzen Rummelkram hier. Ey, was ist denn das? Kommst du klar? Nee, Harz essen nicht. Ey, hier ist ne Kacke drin. Ich versteh's nicht. Wo denn? Im Meer. Ich hab noch keinen einzigen Fisch. Sechsmal hintereinander irgendwas anderes. Ja, ist es halt so. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich versteh's nicht. Die Meere sind überfischt. Greta hatte doch recht. Sechzehn Uhr ist jetzt eh vorbei. Termin, er hackt das Holz. Termin, er hackt das Holz. Hups. Hakt, er hackt, er hackt, er hackt, er hackt, er hackt, er hackt das Holz. Wo bist du, Willi? Ich hasse ihn. Was brauchen wir für das nächstgrößere, ähm, 25k, glaub ich, ne? Was, Gold oder was? Für die nächstgrößere, nee, wegen der Schafsschaffe, wegen der Schafshütte. Achso, ja, ich glaube. Dann werde ich jetzt die nächsten Enteneier, wenn ich die einsammeln, erstmal nicht verkaufen, sondern daraus weitere Enten züchten. Ja. Damit wir uns das Geld sparen. Ja. Und, äh, dann, äh, sparen wir mal auf, äh... Damit sich der Brilli wieder um den Katana kaufen kann. Mhm. Auf Scha... Auf dem Schafstall, oder? Hört sich gut an. Sind wir da konform? Ja, gut. Sind wir da d'accord? Oh, ja, ich gehe da nicht, ich möchte jetzt mal, äh, über Feldarbeit auch mal wieder in den Vordergrund rücken. Guck mal unsere Felder an, da ist aber nix drauf. Ja, das habe ich, ich habe gerade schon ein bisschen was gepflanzt. Oh, was denn hier? Ich habe eine Batterie gekriegt. Na, endlich. Und zwar aus den, wie ich es richtig vermutet hatte, aus den, äh, aus den Blitzableitern. Hä? Ja, die haben ja sowieso gewuppelt und jetzt haben sie aufgehört zu wuppeln und da waren Batterien drin. Steht dran, Naturgut. Voll mit wertvoller Energie aufgeladen. Bei beiden? Okay, brauchten wir den nicht für irgendwas? Ja, bei beiden. Gib mir den Masse zwei. Ich habe zwei gekriegt, ja. Gib mir mal eine, bitte. Dann gucke ich mal, ob ich die da im Tunnel verwenden kann. Äh, wie war das hier mit Handeln? Tunnel? Du musst die in die Hand nehmen und dann anklicken. Was denn für ein Tunnel? Bück dich. Duracell hießchen, bück dich. Na, ich guck mal, ob ich die da reinbringen kann. Wo denn? Wo rein. In den Tunnel. Hä? Warte auf uns, warte auf, wenn sie spiel Gucki, spiel Gucki, spiel Gucki machen. Tunnel, meinst du, äh, die Mine oder was? Wofür redet denn diese Mann? Hier war ich noch nie. Da. Hier war ich noch nie. Eine batteriebeschriebene Schließkassette. Unglücklicherweise fehlt die Batterie. Dann machen wir doch mal die Batterie da rein. Ja. Oh, klack, 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 klack. Genau, Mr. Key, also QI. Ja, also das ist ja... Na toll, ich hab keine Batterie bekommen. Das ist ja wieder... Dann brauchen wir vielleicht nur so einen Blitzableiter. Ja. Ja, oder einfach Regenbogendinger. Ja, aber Mene hat ja die Quest noch nicht mehr. Ich hab ja die Quest nicht. Ja, die kann man aber auch kaufen irgendwo, die Batterie, glaub ich. Echt? Aber nicht um 21 Uhr. Und nicht fürs heuer Geld, also nicht für günstige Milch. Ah, Regenbogenmuschel, Leute, was ist das denn? Venusmuschel, Koralle, Herzmuschel. Ah, da, 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 da. Hm, da, 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 da. Mhm. Also Regenbogenmuschel gibt's noch nicht. Hm. Morgen wird's sonnig und klar. Dann geh ich, äh, Kugelfische sammeln. Kugelfische fischen. So, lass uns mal ins Bett gehen. Ja, genau, lass uns mal ins Bett schon gehen. Dann ist die Folge auch zu Ende. Tatsächlich. Seid ihr alle in der Haya Popaya? Yes, außer Brilli. On my way. Boah. Er spielt sich am Willi. Ah, ha, ha, ha. Ey, ich hatte grad meinen Scheiß eingerichtet hier. Und? Mhm. Dann würd ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde der Sonne, und bis zum nächsten Mal. Tschö. Reckenhauen. Tchau. Tschö. Tschöööööö. Tschöööö. Vielen Dank.